Hi! Oh, ich bin total verschmiert. Miau! Na, das ist ja auch schon, gell? Keine Ahnung. So. Naja, ihr müsst jetzt damit leben. Ich bin halt verschmiert. Ich möchte euch was zeigen. Ich habe was ganz cooles heute gekriegt. Ein Überraschungspaket. Das waren ja auch viele Fragen. Ich habe ganz viele Anfragen zu diesem Produkt. Dermaroller. Ich bin ja gespannt. Und zwar ist es also ist es ich benutze das Gerät das Produkt ich liebe es einfach nur. Ich brauche es nicht so unbedingt im Gesicht. Also ich habe schon man sieht ja, ich bin derzeit nicht geschminkt, weil ich zurzeit ein bisschen Probleme habe. Ich habe hier und da solche Pigmentstörungen und ich hatte auch mal früher ganz dolle Narben im Gesicht. Hier habe ich eine große Narbe und da habe ich mir ein Leberfleck rausschneiden lassen. Und hier hier habe ich mir ein Leberfleck rausschneiden lassen. Hier unten. Und hier oben hatte ich mal einen Skiunfall. Der Dermaroller. Ich nutze den so gerne. Ich liebe ihn. Und jetzt heute endlich ein Überraschungspaket. Ich bin ja so gespannt. So. Da ich so gespannt bin, habe ich gesagt, ich mache jetzt gleich ein Video, weil ich ja ich sehe zwar kacke aus, aber ich muss euch das zeigen. So, wir haben ganz viele Gummibärchen. Und dann also falls irgendjemand fragen hat, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ich kann euch auch gerne dazu irgendwas sagen oder sonst irgendwas. Ich liebe dieses Produkt. Ich sehe schon hier, da fliegt alles drum herum. Also erstmal 1000 Gummibärchen. So, total lecker. Dann nochmal gucken, dass ich auch alles fliege. Die kleinen Ampullen sind raus. Ein grüner Überraschungsbeutel. So, dann gucken wir, die liegen auch überall Ampullen drum herum. Dann wieder, genau. Dann habe ich wieder bekommen Informationen zu diesen einzelnen Produkten. Was ich euch auch gerne alles erklären kann. Und auch mal genau, wie das Produkt eigentlich funktioniert. Was das macht. Alles mögliche. Dann die einzelnen Produkte in einer Auflistung. Was es ist. Und wann ich wie was benutze. Morgens, abends, mittags. So. Dann gucken wir mal, was wir drin haben. So, einmal das. Oh, ich freue mich so riesig. Gummibärchen natürlich. Wieder, oh jawohl. Zwei Masken, geil. So, ich freue mich schon riesig. Ähm, Reinigungszeug wieder. Was man ganz wichtig macht. Die Creme. Und dann, oh ich glaube es. Jawohl. Warte, es blendet die Beauty-Maus. Oh ja. Warte, ich mache es euch auf. Ich bin gleich wieder da. Ich muss noch kurz, kurz mein Kind abtrocknen. Dann mache ich euch die Beauty-Maus auf und dann geht es weiter. Natürlich klingt das nicht so, wie ich das eigentlich mir gedacht habe. Aber egal. Okay. Ich habe ein, ich weiß nicht, ob ich noch mal jetzt von vorne anfange. Ich überlege mir, dass ich mich das mache, ob ich die zwei Videos ineinander schneide. Ob ich das irgendwie hinkriege. Dann muss ich noch eine App runterladen. Auf jeden Fall. Ich habe ein Produkt heute, äh, ein Paket heute gekriegt von Dermaroller. Ihr seht, alles schon verteilt. Ganz viele Gummibärchen, ganz viele Anleitungen zum Produkt. Ganz viele Produkte. Ich bin, habe ich vorhin schon gerade in einem Video total verschmiert. Ist ja egal, oder? Ich war heute ganz noch unterwegs. Skin Cleaner. Geile Masken natürlich. Ähm. Ja, und was haben wir noch? Genau, die Creme. Jetzt wollte ich euch natürlich noch zeigen. Jetzt brauche ich noch mal eine Schere. Wo habe ich das hier hin? So. Genau. Und zwar heute mein absolutes Highlight. Also wie gesagt, ich benutze dieses Produkt total gerne. So. Jawohl. Ich freue mich riesig. Ich habe nämlich einen eine Bodymaus gekriegt. Beautymaus nennt sie sich. Ich lege euch mal kurz hin. Ich mache es mal auf. Dann, wie ich es euch zeigen kann. Ach du Schande. Es wird bestimmt eine sehr angenehme Sache, würde ich sagen. Und weil so sieht es ja noch ganz schön aus. So sieht es ja aus. Eine Beautymaus. Wenn ich jetzt schon euch so, vielleicht komme ich mal zu zweit. Zieht ihr es? Die sind schon um einiges länger. Wie hier. Vielleicht mal was rot ist im Hintergrund. Jetzt ist es scharf. Ich muss mich erst mal belesen, wie lang diese Nadeln sind. Ich kann euch gerne noch Twitter. Also es ist die Beautymaus, auf die ich schon mich riesig gefreut habe. Gehofft. Jetzt habe ich sie so richtig gekriegt. Die Beautymaus. Macht es es scharf? Ich muss lieber hier weggehen. Jetzt. Also ich muss mal gucken, dann kann ich euch sagen, wie lang die ist. Die Beautymaus. Na los, mach mich scharf. Ja, mach mich scharf. Die Beautymaus ist für den Oberschenkel. Zum Beispiel. Ich bin ja mal gespannt. Ich freue mich sehr. Dankeschön an die Firma Dermarone. Ich liebe eure Produkte echt. Hammer, okay. Ich habe noch eine Anleitung und ich werde euch die nächsten Tage näher einfach mal drücken. Ich habe natürlich noch ganz viele Ampullen dazu gekriegt. So. Ich würde sagen, heute ist Samstag. Ich werde Montag damit beginnen. Dann werde ich euch genau zeigen, wo ich es anwende. Ich werde euch vorher Video machen, nachher Video machen. Es ist von heute auf morgen auf jeden Fall keine Besserung zu sehen. Das ist klar. Aber ich werde sie auf jeden Fall anwenden. Und ich bin total gespannt. Also sie sieht auf jeden Fall die Nadeln sind auf jeden Fall mindestens doppelt so lang wie die fürs Gesicht. Also man kann das nicht auch fürs Gesicht benutzen. Macht das ja nicht. Es gibt da verschiedene fürs Gesicht und für Oberschenkel, Bauch. Okay. Ich sehe schrecklich aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Schönes Wochenende. Geht feiern. Macht Spaß. Ich werde mich jetzt mal hier belesen. Hab euch lieb. Ciao. Ciao.